Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Post bringt Ihnen in den nächsten Tagen den neuen Go-Do-It-Do-Self-Prospektis-Haus. Und darin finden Sie über 100 interessante Angebote, alles zum Verschöneren und zum Renovieren von Ihrer Wohnung. Eine solche Holzverkleidung kann man mit einer Wandpanel, einem Pfeffer-Vergob und etwas handwerklichem Geschick ohne weiteres selbst machen. Zuerst wird eine Unterlage aus Baulatten mit Dübeln an der Wand befestigt. Dann die erste Latte, angeschlagen. Mit einer sogenannten Villeen-Klammer unten, in der Mitte und oben angeschlagen. So, das hält. Und jetzt kommt die nächste Latte und so weiter. Diese Paneele offeriert Ihnen Go-Bereits zugeschnitten in Eichen, Tannen und das Tepher in nordischer Fichte, auch in verschiedenen Längen. Wenn Sie sich also in nächster Zeit an einer solchen Wand- oder Deckenverkleidung wagen, dann denken Sie doch auch gerade an das Isolieren. Die Vetroflex- und Styroporplatten, die man zwischen der Wand und dem Tepher montiert, gibt Ihnen eine ganz besonders gute Wärmedämmung. Also dann, viel Vergnügen! Wenn Sie Ihre anspruchsvolle Haut rund um die Uhr pflegen und schützen wollen, dann ist Beldam Exklusiv genau das Richtige für Sie. Beldam Exklusiv, das ist eine hochwertige Pflegekosmetiklinie von harmonisch aufeinander abgestimmten Produkten. Die wertvollen Wirkstoffe wie Kollagen und Feuchtigkeitsfaktoren erhalten der Haut die natürliche Geschmeidigkeit. Coop gibt Ihnen jetzt die Gelegenheit, zwei besonders sanfte Shampoo auszuprobieren. Ultradu mit Pflanzenextrakt von Garnier. Kamille gibt normalem Haar Geschmeidigkeit und Glanz. Taubnessel stärkt Kopfhut und macht fettiges Haar luftig. Beide Shampoo sind so mild, dass Sie Ihre Haare möglichst häufig auch damit waschen können. Eine weitere Neuheit bei Coop, das ist Fenial Après-Douche Lotion im praktischen Spender. Milde hautpflegende Wirkstoffe geben der Haut sofort, was sie nach dem Duschen braucht, nämlich Schutz und Pflege. Fenial Après-Douche Ab morgen können Sie in Dietikon im Kanton Zürich im neuen Coop-Center posten. Nebst dem gewohnten Coop-Sortiment finden Sie dort auch eine Metzgerei mit Bedienung und einen grossen Käsecken. So, und jetzt ist schon wieder Zeit für das Coop-Rezept von dieser Woche. Wir schalten darum um in die Studiaküche. Wie wäre es wieder einmal mit einem selber gemachten Hackbrot? Es gibt weniger Arbeit, als man denkt. Man kann drei Eier sieben Minuten gekocht, abgeschrägt und geschält. Zwei altbackene Weckli haben wir mit Milch übergossen, ausgedruckt und mit einem rauen Ei zum Hackfleisch geben. Ein Siebel und ein Bund Peterli fein gehackt, im Fett dämpft und mit verschiedenen Gewürzen zum Hackfleisch geben. Diese Masse gut vermischen. In einer gut ausgefetteten K-Form haben wir die Hälfte der Hackfleischmasse gefüllt und die haben jetzt die harten Eier drauf. Wir füllen den Rest der Fleischmasse wieder drauf. 40 bis 50 Minuten im vorgeheizten Ofen backen. Bevor Sie die Hackbrote tranchieren, sollte ihr noch 10 Minuten Ruhe, damit der Saft nicht ausläuft. Das Rezept steht in der Coop-Zeitung. Eine gute. So, das wäre es gewesen. Wir danken, dass Sie für uns Zeit gehabt haben. Achtet Sie jetzt aber noch auf Coop-Angebote zum Sparen. Sie wissen ja, es lohnt sich. Zum Anfang der aktuelle Preisschlager. Bei Coop gibt es drei Grünpflanzen im Triopack für nur 6,90. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop Middingonfitüre, jedes Glas an 450 Gramm, jetzt 50 Krabben günstiger. 1 Liter Torina-Sunnenblumenöl statt 6,25 jetzt nur 5,40. 100 Gramm mildgesalzene Hinderschinke nur 1,70. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag ein Russenzopf statt 4 Franken nur 3,20. Eine Schwarzwälder Roulade statt 4,20 nur 3,30. Ein Bütel an 500 Gramm Brüsseler Schickoré nur 1,90. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017